Ja, guten Morgen, Hörnchen. Bist du das Hosenscheißer Hörnchen? Ja, du bist leicht grau, das könnte sein. So, wieder eine Nussfeste, jawohl. Ja, du bist das Hosenscheißer Hörnchen, du hast ganz schön Kraft. So, jetzt wird wieder gefressen. Und jetzt kommt gleich ein Mann vorbeigelaufen. Da musst du nicht abhauen. Der macht seinen Morgensspaziergang, ja.